Ich zeige euch, wie ihr eine unglaublich leckere Zucchini-Lasagne zubereitet. Diese Lasagne ist proteinreich, low carb und unglaublich lecker. Dafür mache ich einen Tofu-Ricotta mit eingeweichten Cashews, Soja-Joghurt, Tofu, Zitronensaft, alles im Mixer zerkleinern, eine proteinreiche Tomatensauce mit weißen Bohnen, die ist super schnell gemacht und lässt sich auch perfekt vorbereiten. Dann schneide ich meine Zucchini in Streifen, beginne mit der Tomatensauce, darauf Zucchini-Scheiben, Ricotta, Zucchini-Scheiben, Tomatensauce. Sofort fahren, bis ihr alles aufgebraucht habt, mit Ricotta und pflanzlichem Parmesan abschliessen, die Lasagne 45 Minuten backen und genießen, es ist so gut.